Für mich ist das Schöne, dass einfach sehr viel von meiner Kraft, die sonst keinen Platz hat, da einen Raum findet. Ich habe auch eine Hüftgelenksoperation vor und für mich ist das ein gutes Vorbereitungsprogramm. Aber seit ich mich bewege, so wie die Allelamethode mir das beigebracht hat, tut überhaupt nichts weh. So. Diese Sehnsucht nach Bewegung, dass ich aus mir drinnen etwas Starkes finde. Das finde ich. Und Hör! 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 Untertitelung des ZDF, 2020